Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video von Streetlights und Roller.com Ich habe euch heute mal einen Malossi Karton mitgebracht, natürlich nicht nur einen Karton, da ist natürlich auch was drin Wir haben in einem vergangenen Video schon einmal über ein Variator Kit gesprochen und zwar das Variator Eco Kit von Polini und ich sag mal für einen anderen Bereich braucht es natürlich auch mal einen guten Ersatz einen besseren Ersatz mit einem leichten Hauch von Tuning vielleicht Das haben wir hier Ist ein Malossi Kupplungs Kit, in diesem Fall Fly Clutch Das gibt es auch nochmal mit einer Delta Clutch Falls ihr daran Interesse habt, einfach in die Kommentare, zeigen wir euch natürlich gerne auch einmal Ich denke einfach mal, wir packen das einfach mal aus Malossi, habe ich schon mal in einem vorherigen Video erwähnt in den 1930ern gegründet, ursprünglicher Tuner von Dell'Orto Vergasern Das heißt, der Herr Malossi und der Herr Dell'Orto, die sind so Mehr drin als erwartet Zu, schöne Kiste Machen wir mal auf In dem natürlich neuen Malossi Design, was Malossi jetzt hat seitdem sie die C1, RC1 und so Gehäuse rausgebracht haben Da haben sie ja alle so langsam ihre Verpackung umgestellt auf dieses Space Design Macht sich auch gut in der Vitrine, wer das haben möchte Mit dabei ist eine kleine Anleitung Damit man natürlich auch weiß, was man gekauft hat Da ist einmal kurz der Aufbau erklärt, was die Fly Clutch genau ist Und alles in fünf Sprachen Wie man die entsprechend tauscht, einbaut Und eine ganz ganz kleine Ersatzteilliste mit drei Teilen Nicht viel Ist natürlich auch ein Komplettaustauschartikel Ist kein High End Teil Kleiner Stickerbogen Einmal weiß, einmal rot Man kennt es von Malossi fast nicht anders Ich denke mal, wir fangen mal einfach mal mit der Kupplungsglocke an Ihr habt vielleicht jeder von euch schon mal bei uns im Shop Oder allgemein mal gesehen Ist die Standardglocke von Malossi Also keine MHR Wingbill oder irgendwie sowas Ist eine ganz normale Stahlkranzglocke Steht Malossi drauf Qualitätsmäßig ist die sehr gut Sie ist schwer, ähnlich wie die Originale In dem Fall habe ich hier das Ich muss einmal kurz selber luschern Piaggio Peugeot Honda etc. Kit Dabei Erkennt man vielleicht auch an der Verzahnung Ist er? Ja Unterschied zu vielleicht anderen Glocken Wenn man sich jetzt sagt Ja, ich kriege auch für einen Zehner eine Glocke Ja, kriegt er Kriegt ihr Kein Thema Nur die sind meistens nicht gewuchtet Klar, das ist jetzt nicht absolut fein gewuchtet Das ist immer noch ein Massenprodukt Aber sie wird auf jeden Fall weitaus runder laufen Als jetzt zum Beispiel eine 10 Euro Glocke Die 10 Euro Glocken sind nicht schlecht Auch die sind teilweise mittlerweile gewuchtet Jedoch vielleicht nicht so präzise wie jetzt das Produkt von Malossi Und natürlich unterscheidet sich das alles auch immer in der Materialgüte Entsprechend kommt irgendwo her auch der Preis Auch ganz interessant Oktober 22. 2018 wurde diese Glocke hergestellt Prüfstempel ist da Herzstück In einer einzelnen Tüte Weg Bekannte Malossi Fly Clutch 107 Millimeter in diesem Fall Man kennt sie Fast jeder hat sie glaube ich schon mal gehabt Wer sie noch nicht hatte Wollt sie sich vielleicht jetzt Qualitätsmäßig kann ich absolut nicht klagen Also empfehle ich eigentlich auch fast jedem Der einen guten Ersatz sucht Oder einfach nur etwas sucht Was vielleicht schon härtere Federn drin hat Wenn man sich jetzt zum Beispiel Malossi Sport Ein 2Xtreme 70cc DREWO etc. Die die Sparte ungefähr geholt hat Und sich sagt so Ja ich krieg die Kupplungsfedern nicht raus Meine Kupplung ist sowieso schon komplett verbraucht Empfehle ich den meisten Leuten Aufbau wie eine Originale Sprich nichts ist hier fancy Keine extra Verstellung über extra Hakenpunkte Keine Schrauben drin zum Verstellen Eine ganz einfache Kupplung vom Aufbau her Mehr Ersatz als Sport Bessere Belagmischung ist natürlich klar Als bei jetzt einer günstigen Ersatzkupplung Weiße Malossi Federn sind drin Ich müsste jetzt nachgucken Bei wie viel die wirklich kuppeln Erfahrungsgemäß aber ungefähr 1000 bis 2000 höher Als Original Ist natürlich auch motorenabhängig Weil Malossi bietet dieses Kit für mehrere Motorplattformen an Das bedeutet das Minarelli Kit wäre wieder komplett anders Von den Zahlen her Also von wie viel mehr Einkuppeldrehzahl habe ich jetzt wirklich Und dieses Kit für Piaggio, Honda, Peugeot Die Y6 Ähm Verhält sich natürlich von Motor zu Motor anders Zum Beispiel hat ein Peugeot Motor härtere Kupplungsfedern von Werk aus drin Als jetzt ein Piaggio Motor Das muss man immer mit einbeziehen Mit einberechnen In der Regel läuft es aber bei allen am Ende relativ gleich gut Ähm Ich halte die mal immer rein Hier ist jetzt leider kein Prüfstempel drauf Ich hätte euch ansonsten auch gerne das Datum gesagt Aber es sind auf jeden Fall Prüfstempel auf den einzelnen Backen drauf Aber jetzt drei Daten muss ich jetzt hier nicht vorlesen Ähm Ist auch relativ schwer Also es sind Relativ schwere Backen verbaut Könnte vielleicht einen Tacken leichter sein Wer es mag Ähm Aber Ungefähr wie eine Originalkupplung Also man muss sich da absolut auch keine Sorgen machen Dass es vielleicht zu leicht ist Die vielleicht ein bisschen zu früh aufgeht Unterstützt natürlich ein bisschen die hohe Einkuppeldrehzahl Schwere Backen Kann man das Ganze dadurch auch ein bisschen abstimmen Beziehungsweise beeinflussen Passt natürlich zusammen Wie soll es auch anders sein Da kann man vielleicht auch einfach mal zeigen Wie viel Abstand ungefähr dort sein sollte Weil Kurzes Ausschweifen Viele Leute fragen sich natürlich Natürlich habe ich jetzt 105 oder 107 Millimeter Ich hätte es jetzt gerne noch als Vergleich gezeigt Ich habe es leider nicht da Ähm Gibt es nur als 107 Millimeter Für die Minarelli Motoren Nicht als 105er Kit Ähm Haben wir ungefähr der Abstand Das ist wirklich nur Da passt eine Kreditkarte zwischen Ähm Am besten einfach immer den Innendurchmesser Von der Kupplungsglocke messen Wenn ihr Minarelli Fahrzeug habt Sollte 107 und ein paar haben Vielleicht auch 108 Ähm Dann ist es nur 107er Entsprechend Die kleinere Variante wäre natürlich 105 Da hat man dann ungefähr so 105, 106 Ungefähr so hat man dann da drin Ähm Ja Das war es dazu Gucken Gucken Junderbar Das ist es dann eigentlich auch schon gewesen Ähm Von meiner Seite aus Absolut gutes Kit Wenn ihr einen Ja Einen hochwertigen Ersatz sucht Oder was in der leichten Sportregion Dann ist das wirklich absolut gut Vor allen Dingen Preisvorteil Dadurch dass man sich natürlich nicht die Kupplung Und die Glocke einzeln kaufen muss Ähm Gibt es natürlich bei uns im Shop Wie ihr da hinkommt Ist natürlich klar So wie immer Unten In der Infobox Findet ihr die Links dazu Zu Beiden Varianten Sprich Minarelli Piaggio Peugeot Honda Gipser und 6 Die findet ihr auch im Shop Genauso wie die Wenn wir euch alles unten reinpacken Alles verlinken Deswegen einfach mal Unten die Infobox Aufklappen Mehr Anzeigen Raufklicken Und entsprechend den Link auswählen Ich bedanke mich Ich hoffe es hat euch gefallen Wenn ihr mehr sehen wollt Hersteller Herstellerweise Oder Irgendein bestimmtes Produkt Nicht scheuen Einfach unten in die Kommentare schreiben Ich werde es mir anschauen Werde mir was raussuchen Ein bisschen Inspiration suchen Und werde es dann auch gegebenenfalls In der Zukunft vorstellen Wie gesagt ich hoffe es hat euch gefallen Ich wünsche euch viel Spaß beim Stöbern im Shop Viel Spaß beim Schrauben wie immer Und bis zum nächsten Mal Habt eine tolle Zeit Haut rein Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal